Ach ja, während ich mir das ganze Jahr über den Arsch aufreiße, um hier bei Unstoppable dabei zu sein, gibt es echt Leute, die ein paar YouTube-Videos machen und nebenbei Wrestler sein wollen. Und heute hier bei Unstoppable das erste Mal dabei sind, ganz ehrlich, du bist doch nur hier, weil du 80.000 Abonnenten hast. Aber beantworten wir eine Frage, wie es denn für dich mit den großen Leuten im Ring zu stehen? Ivan, jetzt ist mal gut. Ich habe keine Lust, dass du unsere Ehrengäste beleidigst und Martin macht die Moderation im Ring, also bitte lass es. Und ich setze dich auch nicht ins King of Pearl, dann bitte gehen wir an Backstage. Und ich setze dich auch nicht ins Spiel. Und Herr, ich setze dich auch nicht ins Spiel. Und ich setze mich an oder tue D produitionss.